Beim Zusammenstoß eines Schnellzuges mit einem Autobus sind in der Slowakei sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf weitere wurden verletzt, wie der staatliche Rettungsdienst bekannt gab. Insgesamt befanden sich mehr als 100 Fahrgäste in dem Zug. Er kam aus Prag und fuhren Richtung Budapest. Nahe der Stadt Novosapki kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem regionalen Linienbus. Die Unglücksursache ist bisher noch unklar. Untertitelung des ZDF, 2020